So, den S-Rang. Muss ich hier durch? Brauche ich den Klingelmodus? Klopp. Klopp. Zack, stückeln wir das hier einfach mal. Passt schon, ne? Ich bin schon durch. Oh, was haben wir denn da? Laueranlage. Shit. Wow. Oh, ja, egal. Och, nö. Nicht du schon wieder. Und tschüss. Ich will nicht. Hau ab. Ich bin in Frieden. Och, nö. Na, komm. Bämst. Och, nein. Autsch. Shit, kleine Mistvieh. Och, diese kleinen Mistviecher. Die fucken voll ab. Bring einen voll aus dem Konzept hier. Du machst dich vom Acker. Gib her. Deine Energiezelle da. Mann, 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 Mann. So. Also. Knöpfchen drücken und rein. Raiden, wait. There are active IR sensors in the area. Part of factory security, no doubt, but the enemy may be using it. Okay. Das heißt, hier... Achso, die bleiben jetzt sichtbar. Okay. Raiden, deine Infrared-Kamera ist integriert mit dem Enhanced Mode. Okay, das heißt... Achso. Raiden... ...geht da automatisch... ...drunter. Okay. Das heißt, ich muss jetzt die Kamera abpassen. Wenn sie jetzt wieder nach links geht. So. Okay. Okay. So viel dazu. Ich mach erst die kleinen Viecher fertig, bevor die mir auf den Piss gehen. Ich sollte aufpassen, dass ich nicht in die Kamera da hinten reinlaufe. So viel dazu. Du. Shit. Kamera. Geh mir nicht auf den Piss. Mensch. Komm schon nicht dran. Ich hoffe, ich hab dich jetzt kaputt gemacht. Dankeschön. Ich hab da oben grad die Kamera zerlegt. Was war das denn? Was stellen die für Leute ein? Ich kann welchen mit den Intelligenzquotienten. Ähm... Okay. Die ganze Gegend mal checken. Ich hoffe, Ryan springt jetzt mal alleine durch. Oh ja, gut. So. So. Oh, was ist das? Oh, was ist das? So. So. Vorne ist ne Kamera wieder. So, schauen wie sie sich bewegt. Okay. Jetzt durch. Top, 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 top. Schneller, schneller, Ryden. Schneller, hier ist ein Kontrollpunkt, cool. Okay. Nixster Rocket Lounge. Ich wollte hier unten... ...beflügel durchkommen, aber... ...matsch trotzdem. Ich hab gesagt, match trotzdem ab. Oh ja. Dom. Ach man, ich kann mich ja gar nicht verstecken hinter der Säule. Höhö. So. Na okay. Eigentlich wollte ich das nicht. Na komm, machen wir Aktion. Piep. So. Hm. Oh, wir sind hier schon... Wir sind hier oben. Okay. Das ging jetzt aber schnell. So. Boah. Boah. Was ne Aussicht. Hm. Also ganz ehrlich, ich würd hier oben nicht stehen können. Ich hab richtig... ...derbst Höhenangst, muss ich sagen. Und... Oh. Da ist unsere Lady. Na. Komm, Ryden. Lauf richtig hin. Wie ein Gentleman. Ich habe mich gefragt, wann du kommst, Jack the Ripper. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das ist das. Ich bin. Wo ist er? Ich kann dir ein besserer Zeit zeigen, als das Krustier-Ber. Du bist hier in charge? Ich bin Mistral. Der früge Wind der Fransch. Und du? Du. 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 Gut. Du. 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 Tapi ich habe aufgrundbl was happened happened to be honest I found it quite dull my enemies fell like Domino one after another not once did I feel threatened I was adrift without challenge without purpose at times I even envied my prey at least they had a cause to die for and then I met him and I knew what I had been missing his ideas gave my life me ideals Jack what are yours I protect the weak still so naive and if I must kill to protect them and so be it it seems we have less in common than I thought I'll take that as a compliment if you would kill for your ideas then surely you are ready to die for them oh yeah komm her zack 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 und da gehen deine arme down da und aber deine kleinen mistfiecher nix da lass mal hier gut stecken du kleine was das bringt nichts ich merke schon da ist nix au die schleudert so ein vieh nach mir okay die schleudert diese viecher nach mir und regeneriert dadurch einen arm oder zwei besser gesagt na komm hast du jetzt wieder eine waffe fertig ich gerade eben so schön zerhackstückelt habe nix da nix da ah okay bams na komm lass uns fighten hier geht die denn so spät gesehen und dann kommt also die kommen die anderen fücher jetzt gibt es nicht jetzt ist gut jetzt ist gut hier du blöde kuh bringt nichts das einzige was mir stört sind diese kleinen fücher die einen dauernd grabben bringt nichts ich brauche nur die eine zelle da dankeschön weil die kleinen fücher droppen dafür diese ganze zeit diese kleinen zellen wo man sich dann noch regenerieren kann jetzt da auch wieder an der seite hier unten und deswegen finde ich es ist mir doch hier relativ safe auf diesem ding nix da diesmal nicht oh immer diese ne kontrollpunkt na komm eine domina ich mag die musik hier sind richtig schöne auch wenn dieser kampf richtig ätzend ist aber die musik in dem spiel an sich ist grandios okay jetzt denke ich auch mal geschmackssache aber ich finde die musik sowas von passend da 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 put machen ach ihr kleinen mistfiecher ja so jetzt hast du keine verteidigung dinger mehr wo ist er denn nächster oh mist na jetzt tut sie sich da oben auffrischen irgendwo sind doch hier bestimmt noch energiezellen da war doch eine die kleinen fücher sind so toll was das angeht dass sie immer so energie dinge nee vergess es olle kuh du hast echt nur deine stärke durch diese kleinen mistfiecher weil die dich ein weil sie einen grabben aber dafür wenn jedes mal hier so ein ding droppt oder jedes zweite ja dann falle ich eigentlich permanent in solche dinge rein wenn ich hier diese fücher niederbäsche oh jetzt aha spin to win oder was hier nee gibt's bei mir nicht oh das ist das einzige wie gesagt diese kleinen mistfiecher ich brauche einfach eine andere hauptwaffe hält schon aus wo bist du denn hey gessers es ist over glaubst du wirklich stickstoff ah du scheiße stickstoff das ist so komm bäms miss report your vitals are dropping i lost eine die die del